hallo zusammen es ist dunkel wir haben glaube ich ja genau das letzte mal haben wir hier ich werde mal aufs schwert wechseln wie dunkel ist es eigentlich die nacht schon sehr lang oder jedenfalls haben wir hier einen baum gepflanzt er gepflanzt ist gut wir haben ihn gebaut und ich habe jetzt mal hier oben einen setzling drauf gemacht was ich bräuchte wäre knochenmehl dass ich nicht habe ich weiß nicht wie quasi wie lang die nacht schon ist da ich gerade eine neue aufnahmestadt ist doch erstmal was man soll ja immer ich werde mal den fahn hier her nehmen ok ich werde in die hand um mal runter gesaust ich hole mal ein bisschen knochenmehl dann lassen wir den baum wachsen ich habe es glaube ich schon mal gesagt ich scheint hier das licht auszureichen um ein spawnen von monstern zu verhindern unsere kuh zum beachte ich lasse ich einfach mal in ruhe mach was du willst spiel mit dir alleine ich mag nicht ich habe keine lust noch ein mehl haben wir gesagt dieser vollpfosch der will uns wieder bewerfen das ist eigentlich auch interessant puff geh weg ja nicht getroffen schnapps gesoffen ich mag das nicht was du hier mit mir machst hat der mich getroffen oh jetzt hat er mich getroffen mist drei reichen nicht drei schläge bei den burschen komm her zu mir komm sterbe ich ich mag nicht sterben nur zu hause ok was kann ich ablegen jetzt ist sie vorbei die vergiftung ok ok ich nehme mal knochenmehl zwölf stücke ja das ist ja nicht ganz verkehrt dann nehmen wir das noch dazu belkenlaub fichtennadeln 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 ok ich ich ja ich weiß es nicht das hier das hin das hier mal weg dann nehmen wir die da her ich muss irgendwas weglegen wieso wieso habe ich denn so viele solche stufen was habe ich denn da gemacht also ich habe dann diese stufen gemacht ich wollte das glaube ich zuerst aus denen hier machen mhm mhm ich weiß es nicht die nehme mir mit hoch, die tue ich oben ablegen weil ich die ja hier herunten keine brauche ich herzlich cho Flow was wollte ich holen knochenmehl genau wegen des eh wegen des baums ich schmeiß mal schnell die pfeile hier rein das birkenlauch nehme ich auch einfach mal mit eigentlich habe ich jetzt fast nichts abgelegt wieso ich wollte gerade sagen wieso heilen wir so langsam ohne hungerbalken noch wir brauchen noch irgendwas zu essen was anderes wir haben da draußen genügend weizen das würde bedeuten wir nehmen einfach mal ein schwung brot mit karotten kartoffeln das fleisch hole ich mir nachher noch rein und dann ist da wieder ein slot frei jedenfalls ist jetzt alles voll was mir nicht ganz so gut gefällt ich will hier mal so einen fahren ah ich habe was anderes ich habe doch hier ton ton ich muss den ton brennen oder vielleicht kriege ich doch dann so ziegel und aus den ziegeln kann man den blumenpott machen da mal mir doch mal so ein blumenpott oder zwei und dann können wir da so einen fahnen reinkloppen schön wären so auch ideen das würde mir eigentlich auch ganz gut gefallen ich ehrlich bin da draußen ist doch ein creeper jawohl hallo du der trifft mir ja noch weil ich so nahmarschig bin so gefällt mir das ich muss mal schnell irgendwas ab legen was legen wir ab die pfeile genau den knochen haben wir aufgenommen jetzt machen wir da schnell knochenmehl draus das da rüber schon können wir die pfeile wieder mitnehmen wunderbar noch einmal auf die birne das wäre doch schön so prima kriege ich von dir was habe ich das nein das habe ich nicht weil es wieder darum liegt ich würde gerne das hier zuerst mitnehmen und verstecken verstauen schnell da weil wir schon mal das haben so diese blöden pfeile die hole ich trotzdem schnell damit wir sie halt einfach haben dann brauche ich schon keine bauen weil da müsste ich ja hühner töten naja obwohl das wäre auch nicht so tragisch die kann man wenigstens essen okay also ich gehe jetzt noch mal schnell nach oben vorher nehme ich nehme ich nicht weil doch ich warte noch ein 18 das ist eine gerade zahl da oben ist wieder ein creeper das scheint so zu sein als ob der da immer spawnt das würde bedeuten ich muss dann da mal oh jetzt bin ich fast runter gefallen ich muss da oben dann noch mal ein bisschen mehr licht machen dass da nichts mehr spawnt ich habe ja da gerade eine treppe zurzeit nicht dass mir der hier irgendwie hoch kommt ja der könnte da hoch wenn er wollte glaube ich und zwar steht er dann wieder bei mir im wohnzimmer rum und und macht irgendeinen unfug habe ich da irgendwo was drin jawohl da habe ich ein bisschen was drin zu diesem koppelstern tun wir doch mal diese stufen auch noch dazu ach nach unten am besten ein paar nehmen wir mit vielleicht müssen wir irgendwo mal jetzt zack zack mal den boom gedüngt schau mal was passiert wenn wir hier ein bisschen dünger drauf kloppen ob das ein schönes bäumchen gibt so wie schaut es aus ein blick von der entfernung wenn wir mal drauf werfen und dann ach gucke da das sieht doch gar nicht so verkehrt aus jetzt hier noch ein bisschen mehr grünzeug dran dass der unten ein wenig buschiger wird ich glaube das gefällt mir ja ok also wir das weg um mumm 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 und und ja so viel dazu das ist das das heißt hier muss der stamm wieder hin dann muss dann muss dann muss dann muss 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 das hier ich bin mir nicht ganz sicher aber ich mache das einfach mal so ich glaube das ist schon okay so ich schaue vorsichtshalber noch mal von hier außen dann hier ups das war nicht das was ich wollte so dann hier weg jetzt müssen wir schnell halt den nicht weil ich habe da irgendwo eine schere jawohl nämlich das wieder einsammeln ich möchte hier schon dass das ding hier wängt naja obwohl hier könnte man schon und so kommt man da durch ja das ist ja gar nicht so verkehrt kommen wir hier so rauf so vielleicht der würde uns behindern also weg damit den können wir höchstens hier außen her machen hier aber da bin ich mir nicht sicher ob ich das will allerdings kann hier ein bisschen in die breite gehen und vielleicht auch nach außen aber da wäre ich mal hier da brauchen wir hier noch ein da müssen wir uns hier noch ein stück nach außen nach drüben bewegen sonst kommen wir da nicht gescheit ran ich mache mal ein bisschen weiter so das sind wir hier auch das sind wir hier auch ich denke da kommen wir nicht mehr vorbei ich muss mal hier ein bisschen erde weg klopfen schade das fällt alles runter ok so vielleicht wie sieht denn das aus ich mache nochmal schnell jetzt wird es schon wieder dunkel diese tage hier in minecraft die sind schon ziemlich dunkel oder ziemlich nicht dunkel sondern kurz ich muss nochmal schauen und entfernung wenn das gefällt mittlerweile irgendwas ist hier ein bisschen zu viel das ist hier so entweder zu viel oder zu wenig vielleicht das raus mal schauen naja es ist ja eine eine Fichte eigentlich ein Nadelbaum und aus dem grund ach wir lassen jetzt das einfach mal so ich bin gestorben geronimo geronimo holy shit so leute es wäre schön wenn ich jetzt einfach mal auf die schnelle hier ein bisschen was einsammeln könnte was würdet ihr davon halten mich kurz in ruhe zu lassen ich mag nicht mehr ich bin gleich im arsch toll tolle idee peter supergeile idee ich ja ich stürze gerne runter und ich lasse mich auch gern immer wieder von diesen solange niederstrecken bis dass all meine sachen die ich jemals besessen habe weg sind da da habe ich am meisten Lust drauf Folter Pro die irrregt es mich so auf Leute wenn ich ehrlich bin geh weg du blöde Spinne schleich dich jetzt fix oh das sollte man nicht sagen hier wartet auch schon wieder der Kreper zu essen habe ich auch nichts das liegt auch irgendwo da unten so manno 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 wo ja ich brauche natürlich unbedingt meine diamant axt äh pickel ich würde sie mal schnell tauschen ein bisschen was futtern so axt axt schaufel pickley steg ich weiß nicht was wir alles verloren haben das ich normalerweise noch brauchen könnte oder was noch wichtig gewesen wäre ich muss mal ich schau mal schnell hier noch ein wenig holz hier noch irgendwas rumliegt was ich noch vergessen habe aufzusammeln hier noch steine noch was okay momentan nicht da hinten ist schon wieder das skelett gespawnt ich mache das jetzt mal anders ich verdrück mich mal geschwind hallo ich muss dich leider alleine lassen hier mein krippenmann aber ihr zwei seid ja gute kumpel hier tut er ja anscheinend nichts nur mit mir hat er problem warum jetzt hier nichts grünes wächst ist mir ein bisschen ein rätsel so jetzt bin ich hoffentlich erstmal safe hier und versuchen mein was will ich denn du hier guck mal rein bisschen spülen so feinerle faules fleisch super idee ich werde hier mal ein bisschen was ich werde hier mal ein bisschen was nach möglichkeit ein bisschen was ablegen was ich jetzt nicht unbedingt hier brauche das knochenmehl tun wir mal beiseite den anderen coach würde ich jetzt ganz gerne einfach mal ein bisschen mitnehmen wieder weil vielleicht machen wir draußen noch eine mauer oder ein oder ein zaun oder sowas hin ups das hier wollte ich eigentlich weglegen die erde nehme ich mit brückenholz ach jetzt lege ich auch mal hier her 1 2 das brauche ich jetzt vielleicht auch nicht unbedingt gerade am start die treppen nehme ich mit ja dann mache ich jetzt eine folgenpause und wir sehen uns in der nächsten wieder und dann schauen wir mal draußen was wir da alles noch ein bisschen herrichten können bis dahin bis dahin bis dahin bis dahin bis dahin